Hey Leute, wie geht's euch? Hier ist wieder euer Mirza mit der neuesten Ausgabe Foot Squad Builder, wie immer auf meinem YouTube Channel. Ja Leute, heute gibt es ein richtig overpoweredes, fettes 600 bzw. 750K Team, das sich wirklich gewaschen hat. Und zwar ist das ein englisch und deutsches Hybrid, also englische Liga und deutsche Liga in Kombination, fettes Hybrid Team. Und ich bin heute wieder gut gelaunt, ohne Scheiß, ich bin richtig gut gelaunt. Ja, dieses Team hat es wirklich in sich. Also ich habe mir sehr viele Gedanken gemacht und die meisten Spieler, also was heißt die meisten, ich habe alle Spieler schon mehrfach in Foot Draft getestet und ihr werdet sehen, was das für sicke Spieler sind. Und das 600 bzw. 750K Team unterscheidet sich quasi nur durch einen Spieler, aber dazu kommen wir am Schluss. Jetzt zeige ich euch erstmal das 750K Team und wir fangen mit dem Torhüter an. Ja, also es ist quasi deutsch und englische, deutsch und englische Liga im Mix und überwiegend deutsch, ja. Und wir fangen mit dem Torhüter an und der Torhüter ist einer, der nicht viel kostet, aber dafür trotzdem umso stärker ist. Ich weiß das einfach aus Erfahrung, Weekend League, also Fairman, ja, ist der Torhüter. Man kann hier, ich kann es direkt sagen, man kann hier genauso auch Manuel Neuer hinstellen, ja. Aber Fairman kostet 3500, ja, kriegt natürlich Glove Chemistry Style und ist einfach ein super Torhüter. Es gibt ja Torhüter so wie Butland, ja. Butland ist genauso einfach überragend, hat 82 Gesamtwertung, hält aber wahnsinnige Sachen. Und genauso ist Fairman einer der sehr guten Torhüter, ja, ist mir aufgefallen und den kann man hier auf jeden Fall spielen lassen. Ihr habt, wenn ihr die Möglichkeit habt, könnt ihr natürlich auch Bernd Leno nehmen oder Manuel Neuer, wenn ihr die Coins habt. Aber für diese, also 3500 Münzen und dafür so ein Torhüter ist wirklich super. So, wir gehen jetzt quasi zuerst nach links und jetzt kommt da erstmal ein rechter Brocken, ja. Ja, es ist der größte Brocken, den es eigentlich gibt, ja, den es überhaupt gibt in der Innenverteidigung. Es ist Boateng und das ist mit der teuerste Spieler, ja, einer der teuersten Spieler hier im ganzen Kader. Kostet um die 215.000, 220.000 und ist der beste Innenverteidiger im Spiel, ja. Eine echte Kante, es gibt keinen besseren Innenverteidiger. Er bekommt hier in dem Fall Shadow Chemistry Style von mir, ja. Er bekommt nicht Anchor und ich kann euch auch sagen, warum. Ich schaue hier ab und zu hier rüber, nicht wundern, weil da habe ich nämlich die ganze Mannschaft, aufgelistet, plus die ganzen Werte, die Chemistry Styles und so. Und wenn ich auf foothead.com gehe, ja, also ihr geht auf www.foothead.com und dort könnt ihr dann den Spieler eingeben und dann bei jeder Karte die Chemistry Styles ansehen, ja, wie sich die Werte verändern. Und ich kann euch sagen, Boateng, ja. Boateng ist von Haus aus schon richtig schnell. Er hat 74 Antritte und 83 Sprintgeschwindigkeit. Er hat 91 Stärke, das braucht man nicht verbessern, ja, und er hat 83 Aggressionen, so. Ihr wisst ja, je aggressiver der Spieler, desto mehr Gefahr besteht dann im Strafraum, dass er vielleicht einen Elfmeter, einen Elfmeter begeht oder einen Elfmeter-Foul begeht, was man eigentlich gar nicht möchte, CPU oder so, ja. Und wenn ich ihm jetzt quasi Anchor oder so gebe, ja, ist er noch einen Tick schneller, aber er hat dann 99 Stärke, mehr geht nicht, aber 93 Aggressionen. Und das ist immer so eine Sache, ja. Also ich schaue natürlich dann immer, dass die Aggressivität nicht zu hoch ist, wenn es nicht unbedingt notwendig ist, ja. Und da er schon 91 Stärke hat, braucht man dem keine Stärke mehr dazugeben. Deswegen gebe ich ihm Shadow und er hat dann 89 Antritt und 93 Sprintgeschwindigkeit als Innenverteidiger mit 91 Stärke und 83 Aggression. Und dass er überall 99 hat, bei den Defensivwerten, brauche ich gar nicht erwähnen. Ja, das ist unglaublich. Deswegen bekommt er Shadow Chemistry Style. Und der Kollege links auf der Seite, da habe ich natürlich zuerst überlegt gehabt, wegen den Münzen, wie mache ich das? Ich wollte zuerst Alaba haben, habe mich dann aber für Hector Inform entschieden. Und Hector Inform ist ebenfalls ein echtes Biest, Leute. Er ist ein richtiges Biest. Und den kann ich wirklich nur empfehlen. Er bekommt von mir, Moment, ich sage es euch, also ebenfalls, soweit ich weiß, ich habe mir das hier alles notiert, damit ich eine schöne Übersicht habe. Er bekommt den Shadow Chemistry Style und ich sage euch, warum, ja. Ja, Hector ist an sich vom Antritt her, Moment, ich muss das hier mal anwählen. So, Hector ist vom Antritt her nicht der Superschnelle. 78 Antritt und 79 Sprintgeschwindigkeit. Nicht wundern, wenn ich hier so ganz komisch schaue, weil hier ist nämlich dann quasi die Kamera und das ganze Stativ. Stört ein bisschen, deswegen muss ich hier um die Ecke schauen. Genau, hat 78 Antritt und 79 Sprintgeschwindigkeit. Ist jetzt nicht überragend für einen Außenverteidiger, aber er hat 89 Ausdauer, gute Defensivwerte, gute Ballkontrolle, gutes Passspiel, er hat alles, ja. Ja, deswegen bekommt er Shadow nochmal drauf, dann hat er nämlich, Moment, 93 Antritt und 89 Sprintgeschwindigkeit, wie ich hier um die Ecke schauen muss. 93 Antritt und 89 Sprintgeschwindigkeit und überragende Defensivwerte dann, mit 98 Standing Tackle, ja, also Zweikampf, 99 Kretschel, überragend, ja. Abfangen 95 und Ausdauer von 89 und Stärke 77, das ist okay für einen Außenverteidiger. Von daher würde ich ihm auch Shadow geben. So, seine Kollegen, also von den beiden, ja, das ist quasi die englische Seite und wir fangen hier an mit einem relativ günstigen Innenverteidiger, der aber wirklich Preis-Leistung einfach überragend ist, ja, und zwar Matip, ja. Nicht der Inform-Matip, sondern der normale, ja, Inform-Matip oder ich glaube, das ist sogar dieser Scream, ich weiß gar nicht, egal. Auf jeden Fall ist es der normale Matip in dem Fall und der hat auch einfach super Werte, ja. Ich kann euch sagen, der kostet fast gar nichts, ja, der kostet, ich sage so hier, Moment, Matip kostet 2000 Peanuts, ja. Hector kostet übrigens 38.000, das habe ich vergessen zu sagen, Matip kostet 2000, das ist fast gar nichts, ja. Und er bekommt den Chemistry-Style Anchor, weil er ist schon schnell, ja, 67 Antritt, 77 Sprintgeschwindigkeit, ja. Ist gut für einen Innenverteidiger, er hat aber nur 79 Stärke. Deswegen gebe ich ihm Anchor, dann hat er nämlich 89 Stärke und 80 Aggression und 77 Antritt und 82 Sprintgeschwindigkeit. Das ist sehr solide für einen Innenverteidiger, genauso gehört sich's, hat dann überragende Defensivwerte mit 94 Zweikampf, 88 Grätschen, 89 Abfangen, Kopfball 98, ja, also Mann-Deckung 95, also sehr beeindruckend auch. Mehr braucht man da nicht für einen 82er-Spieler, einfach überragend. Und auf der rechten Seite sein Kollege in der Außenverteidigung Klein, ja, und das ist auch ein echtes Biest, ja. Also Klein, Klein ist echt ein Biest, das muss man wirklich dazu sagen. Er hat 81 Gesamtwertung, hat aber wirklich auch super starke Werte. Ich kann euch das hier ganz kurz sagen, Moment hier. So, Klein hat in dem Fall auch Anchor, ja, ich zeige euch ganz kurz die Werte. Ich gehe mal hier auf Klein, zack. Er hat 86 Antritt und 86 Sprintgeschwindigkeit, ja. Der bekommt deswegen auch Anchor, er hat 71 Stärke, mit Anchor hat er 81 Stärke und 96 Antritt und 91 Sprintgeschwindigkeit. Und das ist auch überragend, ja, die Defensive hatte alles super, das heißt die Viererkette, die kann sich dann auf jeden Fall sehen lassen. Das ist echt überragend, ja. Und wir gehen jetzt weiter, jetzt ins Mittelfeld. Und ich kann euch sagen, Leute, diese drei Mittelfeldspieler, die jetzt hier kommen, das sind Maschinen, heftigere Maschinen gibt es nicht, ja. Wir fangen mal links an. Und zwar, auf der linken Seite, der eine Neuzugang vom FC Bayern, ja, und overpowered hoch 1000, Sanchez. Sanchez kostet 6000 insgesamt hier in diesem Spiel, ja, jetzt 6000 Münzen. Eine unglaubliche Maschine, ja, mit überragenden Werten, wirklich mit überragenden Werten. Und ich gebe hier ihm in dem Fall auch Shadow, ja, ich kann euch auch sagen, warum. Ja, Moment, ich mache ihn mal kurz auf. Also, Sanchez hat 79 Antritt und 84 Sprintgeschwindigkeit. Mit Shadow, also er hat, mit Shadow hat er dann einfach die Sprintgeschwindigkeit, die man auch braucht. Wenn man so einen super Biest hat, was so schnell ist im zentralen Mittelfeld, was nach hinten so stark arbeitet, mit hohen Arbeitsraten. Beides hoch, schwacher Fuß, vier Sterne sogar. Er hat dann 94 Antritt und 94 Sprintgeschwindigkeit in dem Fall. Einfach überragend, ja, 93 Ausdauer, 77 Stärke und Aggressivität 90. Ja, der geht in die Zweikämpfe und holt sich die Bälle, ich kann euch das sagen. Also, wirklich überragender Spieler, überragender Spieler. Und wer den schon mal gespielt hat, der weiß, dass er einfach unverzichtbar ist. Das ist wirklich unglaublich, ja. Und in der Mitte holen wir quasi den etwas offensiveren und stärkeren Part des FC Bayern. Und zwar Vidal. Der ist genauso wie Sanchez, nur halt noch viel kranker, ja. Noch viel kranker. Ich habe noch die Werte vergessen. Also, wie viele die Leute kosten, habe ich vergessen. Und zwar, Matip 2000, habe ich gesagt. Klein kostet 6000. Sanchez kostet ebenfalls 6000, ja. Und Vidal kostet 175.000 ungefähr. Also, er ist auch ziemlich teuer, aber das zahlt sich aus. Er bekommt nämlich hier den Hunter Chemistry Style, weil er spielt dann im ZOM, ja. Er spielt im offensiven Mittelfeld, bekommt den Hunter Chemistry Style, hat dann 94 Antritt, 86 Sprintgeschwindigkeit, aber überragende Abschlusswerte. 87 Abschluss, Schusscup 94, Longshots 90, Volley 88, Elfmeter 99, nicht so wichtig. Aber Positionsspiel 95, hat 93 Ausdauer, auch eine tolle Stärke mit 77, viel Aggression, alles hat der, ja. Der läuft hinten vorne, glaub mir, den könnt ihr im ZOM genauso gut spielen. Vidal muss man nicht unbedingt im ZM spielen, muss man nicht, ja. Der hat, wenn ihr ihm Hunter gebt, hat er überragende Offensivwerte auch, ja. Wenn ihr ihm zum Beispiel Shadow gebt oder sowas, oder Anchor, hat er überragende Defensivwerte. Das ist so ein Spieler, den beeinflusst ihr mit dem richtigen Chemistry Style, ja. Er hat jetzt, das Einzige, was er jetzt nicht so überragend hat, ist Dribbling, ja. Und dann könnte man natürlich, wenn man Lust hat, ja, wenn man jetzt sagt, ich möchte jetzt nicht, dass er unbedingt super Finisher-Werte hat oder so, kann man ihm gerne, weiß ich, Engine oder so geben, dann hat er auch überragende Passwerte, ja, und Dribble-Werte. Dann hat er aber nicht so einen heftigen Abschluss, aber gute ZOM-Werte. Mit Hunter habt ihr halt gute Abschlusswerte, da könnt ihr variieren. Das heißt, ich empfehle Hunter, ja, oder im Notfall, Notfall würde ich nicht sagen, aber wenn ihr Passspiel priorisiert und Dribbling, dann gebt ihm Engine, ja, Engine. Gebe ich eher selten, aber das passt dann in dem Fall hier zu Vidal. Und auf der rechten Seite auch ein richtiger Geheimtipp, ja, und zwar ist das, Moment, wait for it, wait for it, Leute. Es ist Henderson von Liverpool, ja, das ist der Movember-Henderson, ja, nicht der normale. Der Movember, der kostet nämlich, ich sage es euch gleich, Moment, der kostet 25.000, also eigentlich gar nicht so viel, aber Leute, gebt euch mal diese Werte, gebt euch mal diese Werte, okay, dass die anderen beiden hoch, hoch haben, brauche ich nicht sagen. Er hat ebenfalls hoch, hoch Arbeitsraten, ja, hat, ohne dass ich ihm irgendwas draufgebe, 98 Ausdauer, 98 Ausdauer und, Moment, 76 Antritt und 73 Sprintgeschwindigkeit. So, hier war natürlich die Überlegung, was gebe ich ihm jetzt eigentlich, ja, da er von sich aus schon 78 Stärke hat, haut man ihm einen Shadow Chemistry Style drauf, dann hat er sehr gute Defensivwerte, hat dann eine solide Sprintgeschwindigkeit mit 91 Antritt und 83 Sprintgeschwindigkeit und eine Ausdauer, das ist eine Maschine, mehr Ausdauer geht kaum, ja, 99 ist höher noch, aber sonst war es das. Das heißt, ihr habt zwei zentrale Mittelfeldspieler, die überragende Maschinen sind und zweikampfstark, ja, und habt einen offensiven Mittelfeldspieler, der genauso auch zurückarbeiten kann, aber auch in die Spitze ziehen und abschließen und alles eigentlich kann mit Vidal, ja. Das heißt, ihr habt eine super Defensive, ihr habt ein super Mittelfeld und jetzt kommt vorne noch die Offensive und die kann sich ebenfalls sehen lassen und zwar auf der linken Seite, in dem Fall Douglas Costa, ja, Douglas Costa, nicht der, das ist glaube ich Sportbuilder Douglas Costa, aber das ist der Normale, ja, der Normale, hat auch wirklich überragende Werte, ja, muss man sagen, hat wirklich überragende Werte, ich kann euch ja mal was durchgeben, was ich euch auf jeden Fall sagen kann, ich würde Costa Hunter geben, ja, Costa würde ich Hunter geben, weil ihr braucht bei den Außenstürmern, ja, oder Flügelspielern braucht ihr auch Abschlussstärke und der hat 72 Finishes, Okay, das ist jetzt nicht überragend und insgesamt hat er 96 Antritt und 88 Sprintgeschwindigkeit. So, warum jetzt Hunter? Ich klatsche ihm Hunter drauf, dann hat er 99 Antritt und 98 Sprintgeschwindigkeit, 82 Finishing, Schusskraft 97, Longshots 90, ja, also dann hat er eine unglaubliche Schusskraft, einen unglaublichen Abschluss und ihr könnt mit ihm diese Diagonalschüsse machen, Linksfuß auf links und dann schießt ihr quasi ins rechte Eck, ja, so könnt ihr es machen. Er ist 5-Star-Skiller, das heißt auch überragend, ja, 3 Sterne schwacher Fuß, kann auch mal mit dem rechten Fuß abziehen in dem Fall, aber das ist wirklich super. Ihr könnt, wenn ihr wollt natürlich, wenn ihr sagt, gut, ich möchte vielleicht ein bisschen mehr Kraftstärke, dann könnt ihr ihm Hawk geben, ja, aber dann hat er 77 Abschluss, das ist nicht so überragend. Ich habe lieber 82 Abschluss, das ist im grünen Bereich, besser noch, ja, deswegen lieber Hunter, okay. Und auf der rechten Seite, ja, Moment, ich habe noch nicht gesagt, was der kostet und zwar, Costa kostet 22.000, ja. So, auf der rechten Seite ist es ebenfalls ein deutscher Kollege und das ist der einzige, der jetzt hier im 750K-Team nicht die volle Chemie haben wird, Belarabi, der Movember Belarabi, ja. Er wird 8 Chemie haben mit Loyalitätsbonus und der richtigen Positionskarte, ja, wird er 8 Chemie haben, das werdet ihr gleich sehen auch warum, ja, der Stürmer kommt ja noch, aber er ist ebenso einfach überragend. Ich habe ihn auch schon in Food Draft gezockt, der ist super heftig. Ihm auf jeden Fall Hawk Chemistry Style und ich sage euch warum, Moment, so. Hawk Chemistry, weil er hat 91 Antritt, 90 Sprintgeschwindigkeit, ein Finishing von 75, ja, 75 Finishing. So, gibt man dem jetzt Hawk, hier, zack, hat er 80 Finishing, ist okay, Longshots 88, Schusskraft 95, Sprintgeschwindigkeit von 99 und Antritt von 99 und Sprintgeschwindigkeit von 95, also auch wirklich super, super, ja. Und tolle Ballkontrolle, alles passt, ja, und Stärke 75, also auch ziemlich stark, 4 Sterne auf Skillmoves, ja, 3 Sterne schwacher Fuß und hoch, hoch Arbeitsraten, also wirklich beeindruckend, ja, beeindruckend. Und, ähm, genau, das heißt, der hätte hier als einzige, ist der Chemie von 8, ja, und da müsste man natürlich da ein bisschen runtergehen. Das heißt, wenn man runtergeht auf 8 Chemie, ändern sich die Werte ein bisschen vom Chemistry Style, aber ganz, ganz wenig, also immer noch überragend, ja. Und der Stürmer hier in der Mitte, das ist der, der jetzt quasi das 750K-Team formt, das ist sogar ein bisschen billiger als 750K, ja, aber, äh, ungefähr, ja. Das heißt, der Stürmer ist einfach dieser mega overpowerte Mbolo von Schalke, ja, der Inform. Das ist einfach nur sick, ja, das ist einfach nur sick, was der für überragende Werte hat. Ihr seht dann hier quasi, also hier könnt ihr es nicht genau sehen, ja, aber ihr müsst hier natürlich Positionskarte und alles, dann hat er nämlich mit Loyalitätsbonus 8 Chemie und, äh, alle anderen haben dann 10 Chemie, ja. Und das ist, Mbolo ist übelst sick und ich kann euch sagen, ihm, also er kostet insgesamt, er ist ein ziemlich teurer Spieler. Moment. Come on. So, er kostet 220.000 und ihm würde ich den Chemistry-Style Hunter draufklatschen, ja, Hunter Chemistry und er zerstört alles. Der ist 1,85 groß, ist ein 4-Star, 4-Star, hat dann 99 Antritt, 99 Sprintgeschwindigkeit, 94 Abschluss, 93 Schusskraft, ja, eine tolle Ballkontrolle mit 85, Dribbling 80, Stärke 88 und Ausdauer 84. Eine, The Machine, ja, eine echte Maschine. Und das ist das 750K-Team, ja, das ist das 750K-Team, da habt ihr dann 8 Chemie auf Bellarabi. So, der Unterschied zwischen dem 750K-Team und dem 600K-Team ist einzig und alleine der Stürmer vorne, weil ihr habt nämlich hier, wir gehen es ja nochmal durch, einen guten Torhüter, überragende Verteidigung, überragendes Mittelfeld und wirklich die Flügelspieler auch überragend. Und vorne, wenn euch der zu teuer ist für 750K, dann nehmt ihr statt Embolo, nehmt ihr, hier ist er, Timo Werner, ja, Timo Werner, der kostet, der Inform natürlich, der kostet deutlich weniger, so um die 75.000 oder sowas, glaube ich, Moment, 75.000 kostet er und ihm ebenfalls ein Hunter-Chemistry-Style drauf und der ist ebenso sick. Er ist nicht so sick wie Embolo, ja, aber ich kann euch sagen, was der hier auch noch für Werte hat, Moment, und zwar, schauen wir uns gleich an, was ich euch sagen kann, ist, dass mit Werner alle 10 Chemie haben, dann hat nämlich Bellarabi auch seine 10 Chemie. Das heißt, wenn ihr sagt, ihr achtet wirklich immer, es darf nicht 8 sein, es muss 10 sein, dann haut ihr eben auch quasi, dann haut ihr Werner rein, ist für 600K und dann habt ihr auch einen überragenden Stürmer. Der hat dann nämlich mit Hunter-Chemistry-Style, hat der 99 Antritt, 99 Sprintgeschwindigkeit, 93 Abschlussposition, Spiel 99, Schusskraft 88, ja, eine gute Ballkontrolle mit 80 Ballkontrolle, 82 Dribbling, ja, Passspiel 80, auch super, ohne Ausdauer von 72. So, das heißt, er ist 1,80 groß, er ist nicht, Embolo ist noch die krankere Variante, aber er macht trotzdem einfach nur sein Ding da vorne und ist ein eiskalter Vollstrecker, ja, Werner. Genauso wie Embolo, nur dass der nochmal, deswegen kostet er auch 150.000 fast mehr, ja, er ist noch eine mega Schippe stärker, aber dieses Team kann sich genauso sehen lassen, das ist richtig sick, also insgesamt habt ihr da ein echt heftiges Team, ich würde dann auf jeden Fall, also ihr könnt es so spielen, ja, ihr könnt es so spielen mit 4-3-2-1, richtig nice, oder ihr wechselt dann auf 4-2-3-1 Breite Rauter zum Beispiel, wie ich das gerne mache, oder auf 4-3-3 Offensiv, so könnt ihr die Spieler einfach perfekt verwenden, ja. Also das ist, das kann ich euch sagen, das ist ein richtig sickes Team, ja, Wahnsinn, alles hohe Arbeitsraten, Defensive einfach überragend, Offensive überragend, ja, und hier, wenn ihr Bock habt auf quasi auf das 750k-Team, haut ihr hier Embolo rein, und der zerstört, zerstört in der Offensive, einfach nur sick, ja, das ist Wahnsinn. Ja, soviel zum 750k, beziehungsweise zum 600k-Team, ihr habt ja auch mehrfach auch gesagt, mir macht ein 600k-Team, 700k-Team, deswegen dachte ich mir, ich mache hier zwei Varianten mit zwei verschiedenen Stürmern, so passt beides quasi, ich hoffe, euch hat das Video hier gefallen, wenn ja, dann zeigt mir das doch bitte mit einem Daumen hoch, Leute, ich weiß das echt zu schätzen, also ich muss sagen, die letzten Videos, vielen Dank dafür, wir haben wirklich fast jedes Mal, wir kratzen immer an der 1000-Likes-Marke, ja, das wäre natürlich überragend, wenn wir jetzt wieder die 1000-Likes packen würden, das wäre richtig nice, ja, abonniert meinen Channel, wenn ihr Bock auf mehr FIFA 17 Videos habt, und schreibt ins Kommentarfeld, worauf ihr als nächstes Bock habt, welches Team euch sonst noch so interessiert, ihr wisst ja, ich beantworte auch immer, ja, die Kommentare, und ja, das war's für heute, und wir sehen uns bei der nächsten Ausgabe, tschüss, bis dann!